So heute wieder fixiert wird wie immer besprochen. Okay, mein Lieber, jetzt kommen wir zu meiner richtigen, der erste richtigen Knacken ist, amerikanische Weltkrieg, ist richtig schön, sprang uns im Paradies, in der Karibik. Wir bauen jetzt mit dem amerikanischen Weltkrieg, und wir sind in der Karibik. Hier kommt es vielleicht auch auf die Weltkrieg, kommt ein bisschen auf die Weltkrieg. Und so wie alt, das kommt nicht in die Weltkrieg, die Weltkrieg, die Weltkrieg, in der Zeit, das kommt ein bisschen, immer wieder, Hauptsache, und der Marktkrieg, und der Marktkrieg bleibt, und der Marktkrieg, Schalbert, Emil, Und wir schauen so, dass wir das nicht immer wieder ansehen. Also A-M-A-L-I-E. Amalik. Genau, Amalik. Willst du mich mal checken? Wichtig, denn die Hauptstadt von Amerikanischen Jungen ist Charlotte A-M-A-L-I. Hauptstadt von Amerikanischen Jungen ist Charlotte A-M-A-L-I. Hauptstadt von Amerikanischen Jungen ist Charlotte A-M-A-L-I. Sie ist nicht richtig. Das war die Wahrheit. Vielen Dank.